Die Bibel, das Buch der Bücher, beantwortet die Fragen unseres Lebens. Die Bibel beantwortet das, worum es wirklich geht und kann ihr Leben verändern. Nur manchmal muss man tief graben und darum stehen wir für Sie hier, um Ihnen Antworten zu geben. Und ich habe heute eine Frage, die lautet, warum bietet Gott uns ewiges Leben an? So ein Tag, so wunderschön wie heute, so ein Tag, der dürfte nie vergehen. Das kennen Sie sicherlich, wenn bei Sportveranstaltungen aus allen Lautsprechern dieser Gesang der Fans tönt. Wer möchte nicht, dass glückliche Momente niemals enden? Oh ja, schöne Momente. Sie denken vielleicht an einen schönen Sonnenuntergang, an bestimmte Momente Ihrer Liebe mit einem liebevollen Partner. Man möchte diese Augenblicke festhalten. Man möchte sie einschweißen. Sie sollen nie vergehen. Wenn unsere Liebe Erfüllung findet, wenn lang ersehnte Wünsche wahr werden oder uns die pure Lebensfreude gepackt hat, dann könnte die Zeit für uns immer stillstehen. Doch leider hat auf dieser Welt nichts wirklich Bestand. Auf Freude folgt Trauer, auf Erfolg Versagen, auf Gewinn Verlust, auf Jugend und Schönheit, Alter und auf das Leben folgt der Tod. Alles ist zeitlich begrenzt. Das kann uns depressiv machen, aber auch kritisch gegenüber Angeboten, die Haltbarkeit und dauerhaften Wert versprechen. Dennoch spüren wir die Sehnsucht nach etwas, das Bestand hat. Mehr noch, wir hängen grundsätzlich am Leben. Wer nicht? Wenn natürlich immer wieder durch tiefe Enttäuschung gehen oder eine Niederlage nach der anderen einstecken muss, verliert irgendwann die Lust am Leben. Doch wenn die Person erneut Liebe und Zuneigung erfährt und es wieder aufwärts geht, machen die depressiven Gedanken und Gefühle schnell einem neuen Lebensoptimismus Platz. Diese Sehnsucht nach dem Leben hat Gott selbst in uns hineingelegt. Erstaunlich, was Menschen alles getan haben und auch heute noch tun, um das Leben festzuhalten. Im alten Ägypten wurden Verstorbene einbalsamiert, um sie lange leben zu lassen. Und heute lässt sich mancher Wohlhabende nach seinem Tod einfrieren. Obwohl der Mensch irgendwann sein Leben aushaucht, hoffen viele Völker, nur der Körper würde sterben, die unsterbliche Geistseele dagegen in ein besseres Leben überwechseln. Von dieser Idee ließen sich auch viele Christen beeinflussen, obwohl sie Jesu Verheißung von der Auferstehung der Toten völlig widerspricht. Wer doch an ihn glaubt, verliert sein Leben nicht wirklich und braucht deshalb auch den Tod nicht zu fürchten. Gerade die Angst vor dem Tod zeigt, dass wir eigentlich leben wollen. Zwar gehen wir häufig gedankenlos mit unserer Gesundheit um, möchten aber lange leben und wenn möglich gesund. Doch wenn sich erste Folgen zeigen, tun wir alles, um sie zurückzugewinnen und das Leben festzuhalten. Natürlich ist Leben nicht alles, aber ohne Leben ist alles nichts. Sie kennen diesen Spruch. Was nützen uns Traumhaus, Titel, Millionen auf dem Konto, wenn wir tot sind? Was haben wir von einer glücklichen Familie und vielen Freunden, von Zukunftschancen und spannenden Hobbys, wenn wir unter der Erde liegen und die Radieschen von unten anschauen? Was helfen uns die Liebe Gottes und die Vergebung unserer Schuld, wenn Jesus uns nicht wieder von den Toten auferweckt? Diese Frage stellte auch Paulus, der Gemeinde in Korinth. Lesen Sie es einmal nach. In Korinther Kapitel 15, interessantes Kapitel über das Weiterleben nach dem Tod, wo es offensichtlich schon damals moderne Theologen gab, die die Auferstehung und das ewige Leben infrage stellten. Paulus hielt dagegen, wenn das so ist, dann ist alles sinnlos. Wenn es kein weiter Leben in irgendeiner Form gibt, keine Auferstehung, ist jede Predigt überflüssig und euer Glaube ist vergeblich. Es gibt keine Befreiung von Schuld und Sünde und keine Hoffnung. Wer Jesus nur für dieses Leben braucht, so sagt die Bibel, gehört zu den Elendsten unter allen Menschen. Da wäre es besser, das Leben zu genießen, bevor alles aus ist. Gott will aber, dass wir leben. Warum? Weil Liebe nicht am Grab enden darf. Wer liebt, wünscht sich die Ewigkeit mit den geliebten Menschen zu verbringen und ohne Leid und in unbegrenzter Freude mit den anderen zusammen zu sein. Und genau das möchte Gott auch. Deshalb wird er mit der neuen Erde das verlorene Paradies wiederherstellen und uns ewiges Leben schenken. Ewiges Leben, das meint ein sinnerfülltes Leben, das nicht mit dem Tod zu Ende ist, das sich jetzt schon lohnt, gelebt zu werden, jeden Tag, jede Stunde. Wissen Sie, ich möchte aus meinem persönlichen Leben Ihnen sagen, dass ich nur noch so existiere, jeden Tag. Danke, Herr, dass du lebst in mir und dass ich dieses Leben von dir empfangen habe. Nie möchte ich das aufgeben. Ich lade Sie ein, das anzunehmen. Und wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns. Wir stellen uns Ihren Fragen und versuchen eine Antwort. Danke, Herr, dass du lebst. Danke, Herr, dass du lebst. Untertitelung des ZDF, 2020